Ich zünde ein Licht an für die Menschen auf der Welt, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger sind. Dabei denke ich insbesondere an die Menschen, die versuchen über das Mittelmeer nach Europa zu kommen und sich dafür in Lebensgefahr begeben. Gott, öffne unsere Augen, dass wir das Leid und die Not der Menschen sehen und lass uns endlich handeln, damit nicht noch mehr Menschen ums Leben kommen.